Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Als erstes wollte ich mich Entschuldigung an den ein oder zwei Leuten... Ich zeig mir niemanden auf dem Finger, der gerade hinter mir sitzt. So dass die Videos zu spät kommen, sind da vielleicht drei oder vier, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mich dafür Entschuldigung, hab halt nicht gerade die meiste Zeit dafür, oder hab auch schlechtes Internet. Und ich hab da immer eher schlechtes Dateiformat benutzt, das hat die Dateien immer riesig gemacht. Ja, und jetzt benutze ich halt ein anderes und das macht's halt besser. Und ja, und mit diesen kleinen Infovideos wird auch ein kleines GalacticCraft Video kommen, das ich schon seit zwei Monaten auf Lager hab. Ja, also dann hoffe ich, ihr hattet Geduld und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos!